Wie Sie wissen, sind Lungenerkrankungen weltweit auf dem Vormarsch und rangieren in einer sehr hohen Stelle und hohen Stellenwert bei der täglichen klinischen Versorgung. Doch nicht nur im chronischen Bereich, auch im akuten Bereich sehen wir gerade, wie wichtig die Lungenheilkunde ist im Rahmen der Corona-Pandemie. Wie ist der Plan für Emden? Dass die Thoraxchirurgie hier in Emden tätig sein wird, sodass Lungentumoren vollumfänglich behandelt werden können. Und dass wir einige sehr spezialisierte Erkrankungen und Maßnahmen hier im Rahmen eines ambulanten oder stationären Settings tatsächlich etablieren und weiter ausbauen können. Der Vorteil für Emden ist dabei, dass wir hier eine sehr integrierte Versorgung aller pneumologischer Krankheitsbilder garantieren können, die auf dem Niveau von Universitätskliniken dann funktioniert. Das heißt, Sie werden hier eine hochspezialisierte Versorgung finden mit interventionellen bronchoskopischen Maßnahmen, Thoraxchirurgischen Maßnahmen, Behandlungen von Komplikationen, anderen Erkrankungen und sehr speziellen, in Zentren bisher nur etablierten Behandlungen von Krankheitsbildern. Das bedeutet auch, dass man je mehr Fälle man insbesondere bei selteneren Erkrankungen hat, da eine hohe Routine da sein wird, was natürlich die Behandlungsqualität deutlich erhöht. Und wir erwarten auch, dass hierdurch, und das überlegen wir durchaus jetzt schon und in anderen größeren Zentren, tatsächlich auch sehr motivierte und sehr qualifizierte Fachkräfte an den Standort holen und hier auch binden können. Deswegen bitte ich Sie, unser Vorhaben zu unterstützen der weiteren Entwicklung des Standortes, bis wir irgendwann das Zentralklinikum, unser eigenes Industrie-Sland, nennen können. Vielen Dank!